Hey ho Leute, wir spielen heute eine Runde Oblivion. Die Mop, die ich benutze, nennt sich Vorkrai New Dimension. Die werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Ebenfalls nutze ich Mida Spells. Weil einfach die normalen Spells zu langweilig sind. Alter Sack. Oh, mein Gott. Jetzt wird das Land von einem Unheil überzogen. Dreimal dürft ihr raten, wer das verhindern darf. Dies ist der 27. der letzten Saat im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters. Und die letzten Stunden meines Lebens. Ups. Na gut, ich würd sagen, bevor wir die Welt im Video anschauen, erkunden wir diese Liebe auf eigene Faust. Durch die Vorkrai-Mod sind hier einige, etliche neue Klassen dazugekommen. Kann ich hier mal alle schnell mal kurz durchklicken. Manche sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und sehen ein bisschen eigenartig aus. Zwerg gibt's auch. Was ist das? Eistron. Interessant. Ja, das war's dann. Waren alle Rassen hier. 33 Stück gibt's. Sollte für jeden irgendwas dabei sein, denke ich. Also, nur zu empfehlen die Mod. Wir spielen eine Eileidin. Ja. Bei der irgendwie der Mann auch ziemlich weiblich aussieht. Ich hab das einfach nicht dafür gemacht, dass man einen männlichen Charakter spielt. Und spielen wir halt einen weiblichen. Ja. Passt. Keine Lust, der Großes rumzuändern. Die Haare vielleicht noch. Oh, oh. Nee. Die sind noch ganz in Ordnung. So. Passend zu... der Augenfarbe. Bisschen... Ja. Hey. So. Passt es doch. So. Dann begeben wir uns mal in die Welt von Oblivien. So. Als erstes, was wir tun. Ein bisschen rumrandalieren. Weil die Schweine uns hier ins Gefängnis gesteckt haben. Hier. So. Genugrandaliert. Ja. Jetzt dürfen wir uns erst mal hier ins Gefängnis gesteckt haben. Mal das Geschwalle von dem Keller drüben anhalten. Komm mal ein wenig näher, damit ich die besser sehen kann. Ah. Diese Augen. Deine Hautfarbe. Kann das möglich sein? Hm. Du bist eine Aladin, richtig? Richtig. Mann, das ist ein Ding. Ich dachte, eure Herrenrasse sei ausgestorben. Naja. Schaust ja richtig süß aus. Hm? Wie ist es? Ah, wie sieht's aus? Sollen wir beide nicht kleine Aladin machen? Dass Papa Dune mal war, müssen wir ja keinem sagen. Ich bin eine echt gute Wahl, glaub mir. Ein Agonia würde da echt auffallen. Hahaha. Ach, egal. Bald bist du eh tot. Ah, die Wachen kommen dich zu holen. Schade um dich, meine Kleine. Du hast echt was verpasst? Leb wohl. Hahaha. Drecksperversling da drüben, hey. Zu gefehlen. Meine Söhne. No, jetzt kommen hier die lustigen Wachen angelatscht, die rein zufälligerweise genau durch diese Zelle hier durchwollen. Nein, Sie sind tot. Ich weiß es. Und irgendwo hier an die Wand drücken und dann tut sich ein geheimer Geheingang falsch. Das Gefängnis. Der aufgängig geheim ist. Was macht dieser Gefangener hier? Diese sind nicht tabu. Naja. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Hier da, Gefangener, tritt zur Seite, zum Fenster. Bleib aus dem Weg und dir passiert nichts. Dann klatschen wir halt zu diesem Gefangener. Weg von der Tür. Zum Fenster sofort. Ja, mach doch mal low. FC, ey. Hey, wo sind meine Beine? Bleib, wo du bist, Gefangener. Gut. Auf geht's. Wir sind noch nicht aus der Sache heraus. Hallo, hallo, hallo. Ihr... Ich habe euch schon einmal gesehen. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft! Was Deckel so alles träumte? Was geht hier vor sich? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Ganz zufälligerweise. Wer seid ihr? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels. Und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Das ist schon mal gut, dass unser Charakter unseren Kaiser nicht erkennt. Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle. Denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Aha. Ich gebe meinen eigenen Weg. Wir alle. Aber wie soll ein Weg geändert werden, dessen Ende die allmächtigen Götter vorbestimmt haben? Ja, man kann den Umweg laufen oder sowas. Wir müssen weitergehen. Eine Abkürzung nehmen. Messer offen lassen. Von der anderen Seite ist ein Öffnen nicht möglich. Das sieht nicht aus, als wären wir heute euer Glückstag. Kommt uns nicht in die Quere. Haha. So und den Perwesling da drüben nochmal schnell ausgelacht. Und dann laden wir halt mal mit den lustigen Kollegen hier mit. Zur Seite Gefangener. Macht doch gar nichts. Geheimer Geheimweg. Und hier haben wir schon den ersten Feindkontakt. Die erste Wache ist schon not und vom ersten Gegner muss ich mal super ausrechnen hier. Ey. mit erledigen wird nach schild brauchen schon ein gewand seit die noch so der rüstung aber nicht schweres zu tragen ich will nämlich eher einen magie orientierten charakter spielen und da kommt schweres und vielleicht ganz so gut komische mütze das ist ja nicht ganz so nackt an den ordnung her wir sind die sträflings gewändern hier rumlatschen müssen erstmal hier in umgang geklaut mir leid aber wir müssen weiter ja lauf mal weiter verhaltet euch ruhig und macht den weg frei macht doch gar nix auf uns warten ich weiß nicht aber zum umkehren ist es jetzt zu spät die sind nicht mal fünf Minuten gelaufen wir werden das ist nicht zu spät das wäre nicht die ersten klingen unterschätzen der Krono hat er auch ihr bleibt wo ihr seid gefangener versucht nicht uns zu folgen ok jetzt haben sie zugeschlossen mein gott eine ratte stirbt hatte hey hey auf mir auszuweichen geht doch dass die nächste gleich auf anhilfe getroffen so sagen wir mal ein bisschen ratten vielleicht können dann schon wenig dran aufpassen was man mitnehmen ich will jetzt kein journal öffnen lass mich in ruhe auch kein mensch was man da hin ich weiß nicht habe es nicht kaputt gemacht so ein paar pfeile mit knacken hier die truhe auf antike twemmer starten braucht anschein die sauschwer die kann man nicht gebraucht wir sind ja schon voll beladen was ist da denn los ich will jetzt keine faust doch will ich hier verschimmelte stiefel und harnig angezogen sie ein bisschen schutz haben hier ein schwert heizsauber rein da rüsten die pfeile aus so noch irgendwas nee das kann man wegschmeißen braucht kein schwein auch wenn es relativ wertvoll ist und aufpassen muss man mitnehmen ich habe wir können nicht allzu viel tragen zum bisschen das problem gerade das hat uns jetzt gesehen was hat uns jetzt gesehen ich habe angst wo bist du da